Das kann auch passieren. Ja? Ja? Oh, das wird Ewigkeiten dauern, wenn ich das so mache. What? Oh, klasse. Ne. Das finde ich auch lustig, wenn ich eigentlich treffe, aber... Ne, komm, das hat so keinen Sinn. Ich muss das richtig machen. Ich mache einfach überhaupt keinen Parry-Schaden. Riposte, was auch immer. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Ist wohl so. Wisst ihr, was ich interessant finde? Bei Gwyn haben sie den Schaden hochgeschraubt. Bei allen anderen Bossen nicht. Gwyn ist mal eben der einzige Boss, bei dem der Schaden im NG-Plus hochgeht. Warum? Weil es nur From Software. Meiner Fresse, ey. Wahrscheinlich wollte From Software, dass man hier so lang wie möglich bleibt, wie nötig. Wie möglich. Oder From Software will, dass man mehr levelt, bis man das nächste NG-Plus einsteigt. Ins NG-Plus-Plus. Das kann auch sein. Vielleicht wäre es ganz cool gewesen, die Painted World of Ariamis zu besuchen. Ich würde sagen, ich versuche es noch ein, zwei Mal und dann besuche ich mal die Painted World of Ariamis. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber jeder der Phalanx-Typen da sollte mir jetzt eine besträchtliche Anzahl von Seelen geben. Fick dich! Alter, wie ich verdammte 15 FPS hasse. Man drückt die Taste und nichts passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dieser Angriff ist einfach der schlimmste von allen. Den kann man ja wenigstens kommen sehen. Den anderen nicht. Was? Fick dich. Ja, das war... Das war so klar. Alles war... Das war so open. Aber geht kann ich nicht genau. Das war so bei uns nicht. Mich kaputt. Nein Man hätte das Boundfire nicht mal eben ein bisschen näher machen können Nein Wir schlaufen mal eben ein ganzes Gebiet, so drei Minuten lang Dann darfst du erst zum Boss Wenn du dann fünfmal stirbst, ja Fisch gehabt, 15 Minuten nur fürs Rumlaufen Ey, vom Software, ey Wenn ich wüsste wo dein Sitz ist, das kann man wahrscheinlich nachgucken Dann würde ich einfach mal vorbeifahren mit einer Maschinenpistole und die alle dazu zwingen, mit vorgehaltener Waffe mich am Arsch zu lecken Der bescheueste Boss im Spiel Und diese Attacke macht der auf NG Plus nie mehr Außer einmal am Start Keine Ahnung warum Das Spiel mag keine Trollen Ey Meine Fresse Ich hab's geschafft zu trinken ohne dass er seinen Grab macht Das ist auch mal Das ist was wert Ich weiß zwar nicht was aber es ist was wert Meine Fresse Kannst du bitte einfach grabben Ich bin tot Doch nicht Falsch Noch nicht Jetzt bin ich tot Und jetzt grabst du du Hurensohn Warum hab ich diesen Schild nicht mal ausgerüstet Ich bin tot Eigentlich wollte ich ja in dieser Aufnahme noch das Spiel zu Ende spielen, allerdings habe ich gleich keinen Festplattenspeicher mehr. Im nächsten Durchgang wechsle ich meine Zauber. Er grabt immer einmal am Anfang. Ich weiß nicht warum. Jetzt grabt er nochmal. Oh mein Gott, ich habe Gwyn zum ersten Mal gestagert. Das müssen wir feiern. Naja, dann macht er wieder seinen OP-Angriff, den man nicht sehen kann. Man kann ihm ja nicht mal ausmachen, wenn man ahnt, dass er kommt. Doch, kann man. Aber nur, wenn es nicht laggt. Tollerweise. Oh mein Gott. Weißt du was? Ich hätte beim letzten Mal graben... Ja, was trinken sollen. Jetzt werde ich sterben, deswegen. Das gibt es doch nicht, ey. Er war fertig für seinen Grab und dann hat er sich dagegen entschieden. Bitte grabbe! Meine Fresse. Ja, klasse. Er wird wieder grabben, wenn ich tot bin. Oh mein Gott. Wie habe ich das denn hingekriegt? Ich hasse dich, ich hasse dich, du verfickter Mistkerl. Ich würde liebend gerne hinter eine dieser Säulen gelangen. Aber das Spiel hat anscheinend was dagegen. Ja, ich werde sterben. Oh mein Gott. Ah, toll. Warum greife ich an, wenn ich weiß, dass ich es nicht sollte? Naja. Ich hasse diesen Angriff, ich hasse diesen Angriff, ich hasse diesen Angriff. Oh. Hängen wir fest? Oh mein Gott. Ich wusste, dass er diesen macht. Ich wusste es. Also Leute, welche Taktik ich jetzt versuche anzuwenden, ist auszuweichen, wenn er vor mir steht. Bevor er überhaupt schon angefangen hat, eine Attacke zu machen. Genau. Weil sonst hat man nämlich einfach nicht genug Zeit, dem auszuweichen. Mist. Natürlich macht er dann noch einen Angriff. Er liebt es wirklich, mich zu trollen mit Pattern, die er ständig ändert. Ist nicht gesund, was ich hier mache. Bitte grab. Danke. Wow. Ich werde sowieso sterben. Ich sehe es schon wieder. Ich sehe es vor mir. Ich sehe es im Prinzip schon kommen. Könnte man dazu sagen. Fuckin' ey. Oh yeah. Fuck, ey! Mmmh! Fuckin' ey! Okay, also er hat zwei Angriffe, der eine macht Schaden, der andere ist leicht auszuweichen. Bitte grabbe! For God's sake! Jaaaah! Mmmh! Oh yeah! Wir holen uns... Das ist in meinen Augen gute Ende des Spiels. Das ist in meinen Augen. Bless thy safe return, let Kaath and Frampt serve your highness, we are here to serve your highness, let true dark be cast upon the world. Our Lord hath returnest.